Falscher Flug. Entschuldigen Sie. Schmeckt's euch? Was, 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 was? Was willst du? Felix kann einfach, er weiß nicht, was gute Vlogs sind, er kennt das nicht leider, deswegen, ich erklär's ihm. I smell that. Seb hat einen gekillt, hat er gerade gesagt. Er riecht tot. Hat er das gesagt? I smell that. Der hat ein bisschen gedauert. Und wir haben jetzt kurz noch 10. Das heißt, es wäre jetzt eigentlich sehr, sehr klug ins Bett zu gehen. Aber die Alternative wäre, jetzt noch mit Felix ins Casino zu gehen. Das heißt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich jetzt machen soll. Hallo. Sehr schön. Kannst du noch einen Stunt? Ich ja. Ich duck mich. Ich weiß nicht, wie man sich ducken kann. Oh, wie informiert war das denn, Bram? Was war da denn los? Das ist doch geil. Bram ist einfach... Bram ist einfach nur der geile... Bram, kannst du ab jetzt immer krank sein? Das ist einfach zu lustig. Das ist so geil. Vielleicht hat Dennis versucht, sich so schnell im Kreis zu drehen, dass die Kugeln abgedehrt war. So müsste es richtig sein, oder? Nein! Bisschen weit rechts jetzt. Mann, können wir das jetzt auf diesem Scheißfeld machen, der viel höher ist? Aber das ist doch genau richtig. Ja, nehmen wir uns noch mehr Zeit. Mann, das jetzt da drüben. Warte, warte, ich mach das jetzt fertig. Ist mir jetzt scheißegal. Warte doch eine Sekunde, ich hätte das jetzt fertig gehabt. Warum? Ich kann das doch jetzt und jetzt gehst du einfach weg. Also, Behauptung ist, ich habe rote Haare. Es startet. Rote Haare finde ich auch schwierig zu definieren. Natur oder an welchem Tag? Ja, das ist offensichtlich. Okay, Pumuckl. Alter, Mikkel! Ach, Mann, Mikkel! Was hat der Pumuckl für Haare? Blaue Haare, oder was? Jetzt steht 18. Oh, Mann! Ey, so will ich aber nicht gewinnen. Also, sowas, das ist doch... Also, Mikkel gekauft. Warte, warte, vielleicht hat Mikkel... Mikkel, du hast vielleicht immer Pumuckl geguckt, hast eine Rot-Grün-Schwäche und hast grüne Haare. Das kann sein. Wie, der hat gar keine grünen Haare. Lass auf die Auflösung warten. Hahahaha. Pumuckl ist halt offensichtlich rothaarig. Oh, Mann! Wenn der nicht rothaarig ist, dann weiß ich auch nicht, wer das ist. Ja, wenn du kurz die Regeln vergisst, ey. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ja, war nicht schlecht, war nicht schlecht. Nochmal. Oh! Mach das mal wieder zu viel. Hat aber jemand Seitenlage, ey. Mach doch nicht so viel, mach doch nur ein bisschen. Okay, dann mach doch noch mehr. Ja, ist okay. Ich will da rein! Ja, siehst du, das war nämlich der Plan. Ich müsste gerade erst mal Katja aus meinem Badezimmer befreien. Die hat sich da drin nämlich eingesperrt, die Idiote. In der Klorolle. Was ist denn Katja? Unser Staubsauger-Roboter. Ach so. What the fuck? Alter, du wärst denn Katja jetzt bitte? Die hat sich im Badezimmer eingesperrt. Ja, die Tür war angelehnt und dann ist sie da reingefahren. Dann hat die hinter der Tür sauber gemacht und dadurch ist die Tür zugegangen und dann hat der Computer gedacht, ja scheiße. Merkt man das denn? Also funktioniert die? Ja, abgesehen davon, wenn die sich im Badezimmer einschläßt. Hat die dich dann angerufen oder woher wusstest du das? Ja, genau. Die hat mich dann angerufen und hat gesagt, Peter, Peter, bitte befreie mich. Peter, bitte befreie mich. Ja, aber woher wusstest du das? Ne, über die App dann so nach dem Motto, hier ist ein Problem, bitte einmal gucken. Oh cool. Also hat sie dich doch angerufen, ich wusste es. Sozusagen. Cool, wir sind fertig. Ich hab den Hallo gekillt. Ja, ich hab aber prediktet jetzt, weil er da unten geschossen hat. Wer lebt noch? Oh, ich werd beschossen. Oh Gott. Ja, von wo denn? Ähmeln. Ja. Das wär schon hilfreich, Peter. Äh, bäh, kann man mich verwerten. Mensch. Also wir haben Backofen-Pommes dazu gemacht. Das ist krass. Ich weiß, voll krass, Alter. Backofen-Pommes, Junge. Das ist richtig übertrieben hart, Junge. Erstmal voll abgeht. Backofen-Pommes, Junge. 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 mannnd C-Chire, Ronnie.